Okay, da habe ich auch noch eine Tür. Hier habe ich eine Tür. Und da drüben habe ich eine Band. Okay, also ich habe hier eine Tür und ich habe die magische Tür. Welche Tür nehme ich? Wie gesagt, da hat gerade keine andere Antwort oder außer du. Welche Tür soll ich nehmen? Normale Tür? Ich kann sie jetzt mal versuchen, ob ich sie überhaupt öffnen kann. Nicht magische? Ah ne, die nicht magische ist aber abgeschlossen, also muss ich die magische Tür nehmen. Ich muss die magische Tür nehmen. Gut. Äh. Okay. Das ist doch das Schiff. Auf dem ich ganz am Anfang mal war. Oh, guck. Geister ich denn da immer rum? Das. Stopp. Hm. Hm. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. dann leuchtet irgendwas auf dem auf der ante das ist ein herz das da drauf ist okay das schlägt immer noch nicht sehr suspekt aber wohin also irgendwas das verschlossen hat man noch da das aber eine schreibmaschine schreibt im raum ist aber nichts doch da hinten schubladen ein weiterer brief vom leiter sicherheitsbeauftragter an alle betroffenen mir wurde berichtet dass einige nahrungsvorräte kürzlich abhanden gekommen sind in sieben zusammenhang bleibt mir keine andere wahl als erhöhte sicherheitsmaßnahmen einzuführen ab heute werden die lebensmittel einzeln einzelnen crewmitgliedern zugeteilt und die lagerung der vorräte zu jeder zeit bewacht nein da ist nichts drin könnt ihr jetzt aufhören da rumzuklopfen das macht mich total käre das wieder ein zahlen code da komme ich jetzt nicht hin obwohl es euch den zahlen code jetzt schon wieder hernehmen hat man eine 2 unter 5 ob das der ist ich bin hier ach du scheiße ok hier ist jeweils hier ist die weiß weisheit 28 0 das ist aber nett die ganze zeit da ist eine was mit dir machst du da oben aber ich habe doch auch noch die nummer habe ich die komische und jetzt nicht mehr raus ich will wieder raus jetzt mal gucken was passiert wenn ich durch den raum gehen mit der zahl wo war ich denn da da war das 280 noch 280 jetzt doch mal in den raum wollen das steht auf dem kopf also ist 0 82 ok es ist mein eigener schatten von meinen schatten erstreckt ok oder sache ja super wo soll ich jetzt als erstes sind es ist doch bist keine ahnung was der richtige weg ja auch noch mal weg das ist zu dem jungen nicht in einstatt drin also jetzt ich frage wieder die zuschauer weil ich nicht weiß wo ich hin muss ich durch die tür auf dem der creepy junge sitzt oder gehe ich durch die tür die ich mit dem zahlen kombination aufgemacht habe was meint ihr was meint ihr eher durch die tür wie hier vom zahlencode ok also wir gehen durch den zahlencode durch den zahlencode also lassen wir den creepy jungen erst mal da wo er ist und gehen erstmal durch den zahlencode durch den zahlencode weil hier geht die tür zu nein hier bleibt offen hier ist ein plakat ok aber wohl auch absolut richtig hier durch zu gehen weil sonst hätten wir das plakat nicht bekommen ok dann gehen wir jetzt bei dem creepy jungen vorbei er wird mal irgendwie blick ist jetzt nicht mehr an das jetzt jetzt ganz falsch gelaufen auch da ihr welchen so junger wir gehen da mal rein zu dir haben wir denn da und gehe ich jetzt in den brunnen runter warum tue ich sowas oder ich falle in den brunnen runter das zahlenrad sieht schon so ein bisschen aus wie so ein dämonen kopf ich weiß nicht ob wir jetzt bei es sind aber hier sind irgendwelche die irgendwelche maschinen bedienen überall ich kann nicht so ich kann nicht nähe ich kann nicht zu denen hin kann ich zudem hin zum tic tac man zum tic tac man kann ja auch nicht what the fuck ok schon sehr krank der kranke scheiße das ist aber abgeschlossen ich kann hier nicht rein dass ich sie ändert jetzt habe ich hier auch noch für natürlich gehe ich immer weiter runter das ist immer gut wenn man weiter nach unten geht und dort brennende sachen oh mein Gott aus wie leichen ok ich habe einen hebel ich habe zwei knöpfe passiert wenn ich da drauf drücke oh das ist ein krezel ok ok damit kann ich das nach da bewegen und nach da bewegen mit dem? was mache ich mit dem? ok damit entscheide ich welchen ring bewegt wird ja das sieht doch aber jetzt richtig aus oder? finde ich jetzt eher sind doch nichts mehr das ist doch richtig ist da irgendwas falsch? ne das sieht doch richtig aus verstehe es nicht? oh ok warte dann habe ich das nicht geändert das tut mir sehr leid das kann ich sofort ändern das ist natürlich nicht mehr Orksmaster das ist äh das ist äh vergessen worden zu ändern von mir das ist jetzt natürlich wieder äh äh of 4 2 so jetzt sollte auch wieder die äh 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 die richtigen informationen darstellen kannst du das mal kurz überprüfen ob das jetzt die richtige information dasteht also ich ich drehe das jetzt mal einfach weiter an dem was man da ist noch ein zacken drin im mittleren fehlt bestimmt was nicht ne das ist nicht das ja da ok ist das insgesamt woanders dahin? wird das vielleicht da hin? äh 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 oh ich sehe ich sehe es Ich sehe es ich sehe es Ich sehe es den Fehler ja gut jetzt als die maschine wieder zurück hätte ich wieder hoch ich könnte ja mal gucken ob erst die tür offen ist ja die ist immer noch nicht offen ja ok wo gehe ich da jetzt hin und was mache ich jetzt und was mache ich jetzt ich habe doch aber 8 uhr gemacht was will er denn von mir na komm 12 38 ich kann aber nicht 12 38 machen wie soll ich denn da mit 12 38 machen oh das lässt sich so schlecht lenken das Ding 2 ja der Zeiger ist ein Arm und ist ein riesiger das ist der 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 die der Da fehlen mir... 6. 46. 46. Wir nehmen jetzt einfach erstmal die 10. 41. 41. 52. 54. Damit mache ich dann 60. Ach, da waren leuchten sogar, die ich anmachen musste. Okay. Die Zeit marches on. Death turns to kill. Okay. 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 Okay.